Ich heiße Victor und ich möchte dann von einem Wunschtraum erzählen. Da bin ich ein Archäologe und da graue ich ein Allosaurus aus. Ja, da wird gefeiert, dann werden auch mal die Knochen ausgestellt. Und dann als die Feier zu Ende war, als die Ausstellung zu Ende war, durfte man Kuchen einzuessen. Und dann wurde Dinosaurier ins Museum gestellt. Was ich am schönsten finde, ist alles. Ich heiße Anna Lor und bin sieben Jahre alt. Und auf mein Liebling-Funstraum, da habe ich mir gewünscht, dass ich auf einer Insel bin. Und ich gehe mit meinen Hasen spazieren. Und da sind drei Paaren mit Kokosnüssen. Und ich habe ein buntes Haus. Ich weiß nicht, Moritz möchte aber nicht erzählen. Meine Eltern wohnen oben in dem Dorf. Ich bin 148 Jahre alt und lebe in einem Baumhaus, in einem ganz tiefen Wald. Mit einem Pferd und mit ganz viel Essen. Ich wasche mich an dem See. Und ich fahre in der Wohnung Roller. Und ich habe sogar einen kleinen Spielplatz bei meinem Haus. Und die Lampe kommt aus den Bäumen raus. Und wenn ich mir was wünsche, dann wünsche ich, dass es da ist. Und das ist dann auch so. Das Schönste ist, dass ich alleine bin. Mein größter Wunsch ist, dass ich fliegen kann. Und dann fliege ich in irgendein Zimmer. In ein Zimmer. Da steht dann so, das ist halbwegs Emily. Aber ein Schlitzelbisschen mehr Paulina. Und dann spielen wir dann da Elber raus. Also dann fliege ich ein bisschen. Manchmal über die ganze Welt. Und dann sehe ich auch ganz, ganz viel. Und ich bin auch schon, fliege manchmal über China oder ganz, ganz weit weg. Aber auf keine anderen Planeten. Und ich möchte so fliegen, wie Peter Pan das kann. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020